Das ist ein Thread-Fahrt, gell? Das ist ein Thread-Fahrt, gell? Das ist ein Thread-Fahrt, gell? Das ist so, weil ich dich gerade eigentlich nicht mache. Oh, du bist für Thread. Also, ich probier jetzt die dicke Röhre. Mal gucken, wie ich da runterfalle. Ja. Eben ist noch ne Bindung? Achso, ok. Wollt kurz sagen. Nee. Ja, ne? Nicht schlecht. Das Ding ist doch nicht clever, aber es steht doch nicht für Thread-Fahrt. Das ist der Schuhumbau. Das ist der Schuhumbau. Und Alp, ja. Das steht hier, das kann man hier sehen. Achso. 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 Das ist der Schuhumbau. Achso. Das gibt's hier keinen Schuhumbau. In der Nähe von der Schönjochbahn. Das gibt's hier aber den Schlepper. Ich denke, das ist unser Schlepper. Denk ich auch. Achso. Wenn der so ein Schlepper ist. Dann kommt die von da. Und der blauen. Und nach dem Schlepper aus geht's weiter. Mit ner roten. Ja. Dann müssen wir zum Snowpack zu dem anderen Team. Ja klar. Die ist ja ziemlich breit. Wenn es selbst mal da runter rutscht, dann fällst du halt hin. Ist ja nicht so brutal wie so eine schmale Rail, die einfach nur eine Stahlschiene ist. Und der sagt doch vor allem jetzt auch fahren. Wenn ich da lang rutsche. Mein ganzes Helm am besten. Ja, das ist ja gar nicht. Das ist ja. Ja na ja. Ja na ja. Und dann los. Ja, der liegt weg vorne vorne. Da musst du ja reinspringen so. Das geht, das geht. Du musst halt, das geht, das ist nicht wild. Einfach bis jetzt schmack ist. Schade, wir fahren nicht nochmal, oder? Warte mal, ich lade schon hoch. Die paar Meter lobe ich jetzt.